Ja hallo liebe Whisky-Freunde, kurzes Update heute aus dem Urlaub in Zingst. Wir sind jetzt schon seit fünf Tagen hier und genießen die doch schöne Zeit auf dem DAS und mit dabei habe ich heute den Heiko hier. Ja wie kenne ich den Heiko? Unsere Frauen sind ja man kann sagen Sandkasten Freundinnen schon seit klein auf und ich kenne Heiko jetzt schon seit 33 Jahren etwa, fahren ab und zu mal in Urlaub und diesmal halt auf dem DAS, Ferienwohnung, nicht weit weg vom Strand, ungefähr 300-400 Meter. Das Wetter ist jetzt auch wieder ganz super geworden, knapp 20 Grad, das Wasser ist ja 18 Grad, noch etwas gewöhnungsbedürftig, aber gut. Heute kurzes Update zum Whisky. Ich hatte letzten Freitag euch den zwölfjährigen Glen Turner vorgestellt. Ja gab es gemischte Resonanzen, manche sagen ja kann man eigentlich nur mit Cola genießen. So weit würde ich gar nicht gehen. Es ist immerhin ein zwölfjähriger gereifter Whisky, der aus der Glenmory Destille kommt. Also ja beim zwölfjährigen Glenmory kann man auch sagen, es ist schon okay. Und der Heiko heute hat mal den denselben Glen Turner, aber als Double Cask Heritage mitgebracht und zwar mit einem Port Cask Finish. Und da wollen wir mal gucken, ob ein Whisky ohne Alter vielleicht auch besser sein kann als ein zwölfjähriger. Heiko gießt doch mal ein. Wir müssen heute ein bisschen mit den Gläsern improvisieren. Ich hatte nur zwei mit den Urlaub genommen, da wir aber direkt vergleichen wollen. Den Port Cask machen wir mal in diese Grappa Gläser. Entschuldigt bitte diesen Popat, aber im Urlaub muss das mal gehen. Ja mach euch einen guten Schluck rein. Ja. Und den Zwölfer noch hinterher. Kurz zum Whisky. Der hier hat im Gegensatz zum zwölfjährigen so eine rote Tube, trägt kein Alter, hat auch bloß 40 Volumenprozente, ist auch gefärbt, leider auch kühl filtriert. Moment. Da ist kurz das Bildflöten gegangen, weil das Handy umgefallen ist. Aber wir machen sofort weiter. Ja, wie gesagt, ist heute alles improvisiert, ohne Schnitt. Wir werden dann auch so das Video so einstellen, wie wir es einfach quatschen heute. Ja, wie gesagt, rote Tube, 40 Volumenprozente, gefärbt, kühlfiltriert, hat einen Portwein-Finish, wo man nicht weiß, wie lange. Wahrscheinlich relativ kurz. Drei Monate vielleicht, schätze ich mal. Die Grundreifung des Whiskys wird wahrscheinlich auch nicht allzu lange gewesen sein. So fünf, sechs Jahre vielleicht, schätze ich. Ergänzen wollte ich nur, mir hat einer zum Freitagsvideo zu den Zwölfjährigen ein bisschen was erzählt, weil ich ja nicht genau wusste, ob der nur aus der Glenmorey-Destille ist oder aus der Glen Turner-Destille in den Lowlands, ein bisschen westlich von Edinburgh in Bathgate. Und er meinte, es kann gut sein, dass die zwar eine Destillerie haben namens Glen Turner in Bathgate, aber dort nur Brain Whisky machen. Und der Malt Whisky unter dem Namen Glen Turner kommt halt aus der Glenmorey-Destille in Glenelgin. So könnte ich mir das auch ganz gut vorstellen. Ja, aber jetzt wollen wir mal gucken. Farbe brauchen wir, glaube ich, gar nicht ins Bild halten, weil es sind beide gefärbt. Man sieht, glaube ich, gar nicht so einen großen Unterschied. Was sagst du? Ich glaube, man sieht gar nicht, dass das unbedingt ein Port-Finish ist hier. Aber gut, mit welchem wollen wir anfangen? Mit dem Port? Ja, gut. Also dann, das Lange. Wollen wir mal riechen? Ja, was sagst du? Recht leicht. Recht leicht, genau. Da ist also nicht so sehr viel Aroma in der Nase. Aber jetzt auch nicht so, was stechen würde oder unangenehm wäre, sondern einfach nur, ja, mit einem guten Willen kann man vielleicht ein paar rote Früchte, brötliche Früchte, rausriechen, aber weit weniger würzig als der Zwölfjährige, wo der Holzeinfluss schon recht ordentlich war. Also hier hat man, ja wie gesagt, sehr, sehr leicht, ein bisschen Fruchtigkeit, vielleicht ein bisschen Vanille in der Nase mehr. Ja, ist da nicht, was sagst du? Nein, nein, ist da nicht. Gut, dann verkosten wir mal, das Lange. Setz dich fort. Auch in der Gemüt. Das ist doch ein bisschen windig heute. Muss ich mal sehen, wie ich das hinkriege. Ich habe leider kein Stativ heute mit. Jetzt wird es wieder gehen. Ja, wie gesagt, leicht. Ja, ansatzweise ein paar Gewürze, die man so hat. Von Schärfe kann man da nicht sprechen, aber ein bisschen Würze ist da. Aber keine Eichenwürze, sondern eher sowas wie, ja, Kräutergewürze sowas. Aber jetzt nichts, was irgendwie groß hervorstechen würde. Er ist auch schnell weg dann im Abgang. Aber gut. Achso, die Preise habe ich noch gar nicht erzählt. Wie gesagt, den hatte ich ja für 21 gekauft. Der kostet um die 18 Euro, ist also 3, 4 Euro noch billiger. Ja, schauen wir mal. Wollen wir ihn jetzt mal vergleichen mit dem 12-Jährigen? Genau. Gucken wir mal, was der so... Ja, hat man schon in der Nase ein bisschen mehr Würze. Kräftiger Geschmack. Ja, da ist schon in der Nase mehr Holz da. Aber es ist natürlich auch wahrscheinlich weitaus länger gereift. Oh ja, das ist der Holzeinfluss viel, viel kräftiger. Also für meine Begriffe auch gehaltvoller als der Port. Der Port ist, ja, man könnte sagen, so ein ganz einfacher Gaumenschmeichler, wo man jetzt nicht so viel hat. Aber bei dem hier hat man zumindest ordentliche Reifung, ordentliche Holzwürze. Da ist also mehr, ich hatte ja schon gesagt, der würde sich gut eignen zum Mixen mit Cola. Weil er durch diese kräftige Würzigkeit, Holzigkeit, doch ein schönes Aroma in das Mixgetränk reinbringen könnte. Aber ich finde, man kann den Zwölfer auch so ganz gut mal zu so einem Grillabend. Also wir haben gestern gegrillt. Dafür ist das eigentlich ein, ja, ich will nicht sagen schöner Whisky, aber ein ganz gut geeigneter Whisky. Ohne dass da viel, ja, viel Tiefgang wäre, viel Aromatik. Aber es ist halt zum Grillen. Also was würdest du sagen, welchen würdest du bevorzugen? Ich würde den Zwölfjährigen bevorzugen. Auch für den Zwölfjährigen, ja. Ja, man kann sich auch beide ganz gut genießen. Der Portier eignet sich wahrscheinlich noch viel weniger zum Mixen als der Zwölfjährige, weil er halt einfach auch zu, zu seicht, zu, ja, zu wenig aromatisch ist, sag ich mal. Ja, noch so ein paar, ja, was sind das? Ein paar ansatzweise ein paar hellfruchtige Imbeeren oder irgend sowas. Aber da ist nicht viel da. Also da, dort lieber zu dem greifen. Die dritte Sorte, die ich euch noch genannt hatte, die habe ich noch nicht gesehen irgendwo online oder so. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Auf der Online-Seite von Glenn Turner gibt es noch eine dritte. Ich weiß gar nicht, was das war. Ich hatte es euch ja im Freitagsvideo gesagt. Habe ich aber noch nicht gesehen. Muss ich mal Ausschau halten. Aber der Bruller ist es ja sowieso nicht. Deswegen, ja, wahrscheinlich werde ich mir dann eher schenken. Und wie gesagt, das Fazit ist, das sind ganz, ganz einfache Whiskys für einen schmalen Geldbeutel. Wobei der Zwölfer meines Erachtens dann doch der bessere ist. Den man durchaus auch so genießen kann. Ohne, dass man jetzt Schmerzen davon trägt oder so, dass es wehtäte. Ne, ne, so ist es nicht. Ja, beim zwölfjährigen Glenn Moray würde auch niemand sagen, ja, das kann man nur zum Mixen nehmen. Der hat immerhin auch zwölf Jahre und meines Erachtens schon okay. Aber nichts, was ich jetzt wieder kaufen würde oder so. Gut, das soll es ganz kurz gewesen sein. Kurzes Update. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Und wir sehen uns dann nächsten Dienstag in alter Frische mit einem ganz normalen Video wieder. Da bin ich zwar noch im Urlaub, aber ich habe fleißig vorgedreht für euch. Und bis dahin sagen Heiko und ich Slanje. Slanje.